Kuckuck, was geht ab, liebe Zocker, hier ist mal wieder der Grisse für euch und wir spielen hier gegen Protoss, einem Protoss und einen Tyrannan, den Spark und den Medellin und auf der Karte Geosynchronerbruch, ja Geosynchronerbruch meine ich, das ist ein komischer Name, ja ich bin Protoss und der Frozen Sky ist der Zerg, dann wollen wir mal loslegen, Geosynchronerbruch, ja das muss ich ja direkt nochmal lesen, da ist ja ein Name, ne, den gibt es ja gar nicht, doch hier nur was da grift, und dann wollen wir hier auch nochmal ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Freude beim Spielen, so und was machen wir da, ein Schabernack natürlich, und ein Gädchen, bräuchte ich mal, äh Gädchen, ein Pylone meine ich natürlich, man, 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 ich bin schon zu spät zum Zocken, schon wieder hier 1 Uhr morgens, da ist man schon leicht verplant, wenn man den ganzen Tag hier Videos gemacht hat, oh läuft, läuft ohne Ende, Gutes Stat hier, 4 Games, 3 Vins, damit kann man schon arbeiten, auf jeden Fall, und, naja, die Kai, die ist das hier wieder, ich gehe mal auf Fast Coloss, jetzt werde ich mir auch gleich meine FE holen, oh, hast du gut gemacht, hast mich gut geärgert hier, das hast du gar nicht scheuen gemacht, mein Freund, und ich mache jetzt direkt die Echse hier, und dann auch mal, so ein Goss, ein Goss, brauchen wir ja, ne, ach und das geht, ach ja, das geht, das fehlt ja auch noch, moahaha, ganz verplant, äh, joa, kommt alles, eins am anderen, immer lokal durch die Hose atmen, sage ich immer, dann klappt das auch mit dem Siegen, ich werde doch mal fertig, die Gähchen hier, na, geht, bist du mal fertig, immer noch nicht, nee, jetzt wollen wir doch erstmal Kubernete kennenholen, und dann das Gas, kommt besser, ach, da kann er ja schon anfangen, ach, will ich mir auch mal ein Gas holen, mach hier mal ein bisschen Ego-Transfer, so, da haben wir ein paar hin, da ein paar hin, und da ein paar hin, haben wir es auch direkt schön verteilt, oh, da kann ich mir ja auch schon die erste Roboterfabrik holen, ja, herrlich, und wieder eine Rasche gemacht, doch nö, wir wollen doch keine Rasche, wir mögen doch keine Rascher, die mögen wir doch nicht, er soll hier sich verziehen, sein einhalten, einhalten, mal einhalten, wir wollen ja auch nicht, so, die Jo, ich genüge in die Energie, dann kauft ihr doch mal eine Tüte Energie, hat mir auch geholfen. Ey, dieser Rascher hier mit seinen Zerstorkern, dann will er denn damit, ey. Will er hier direkt sterben, oder was? Ne, jetzt holen wir uns erstmal hier direkt schon einen Koloss. Der Sterbliche ist auch schon am Start, oh, das läuft. Und das Gästchen da unten holen wir uns jetzt auch nochmal direkt und pulvern jetzt erstmal ordentlich. Eco, Economy, Economy, komm her, Economy. So. Und dann holen wir uns erstmal das Akku für die Thermolanze und dann direkt mal den ersten Koloss, ja. Kommt, brechen wir ja erstmal ab, wir brauchen erstmal einen Koloss. Ist auch noch welcher, ne, können wir doch das Ding erstmal holen. Och Mann, ey. Diese Pylonen, die machen mich ganz wahnsinnig, ganz wuschelig machen mich die. Ganz wuschelig. Jetzt aber. Jetzt komm, aber hau ihn doch mal raus hier. Den Koloss. Kolossal. Kolossal geil ist das. Naja, wir hatten dann auch noch irgendeinen Eingang. Wollten wir natürlich erstmal was hinstellen. Da mal so. Und dann holen wir uns mal ein paar Minuten. Was so schön ist. Was ist das? Das war's für heute. Nein Nein Gute Eko Mann, 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 jetzt halb's doch mal drauf, ey Dann geht's aber auch frech hier Bisse Angeber Nicht genügend Energie Nicht genügend Energie Wann sterblich noch dazu? Ach, denn läuft's Die sind auch echt geschnitten hier, ne? Ich denke, dass er hier reinkommt Willst du Pylonen? Nein Wie ist es? Immer Bug machen Oh, oh Kann ich einmal mithelfen? Ach so ist das hier. Hier habe ich noch mal eine blöde Liste mit drin. Ich komme ja schon. Ich bombe ja schon. Bin ich am besten rein jetzt. Es hilft meistens. Wenn du dich rein blinkst. Du Knackwurst du. Dann tun wir uns erstmal ein Upgrade für. Na schön. Habe ich ja direkt dran gedacht. Na toll reicht trotzdem nicht. Mann, Mann, Mann. Oh, hier ist wieder oder was? Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Alter Junge, was willst du denn hier? Komm her. Komm her du Limmel. End, genau. Wir wollen uns dann auch einführen. Schon ein bisschen was hier. Da haben wir noch mal eine Echse hier irgendwie. Was? So, jetzt reicht's. Komm mal her. So. So. Wurde mal. Ein bisschen Spaß haben hier. Der kleine Freundinhilfer. So. So. Vor Ort Mam lifetime, also die Boah. Oh, Baby ex iPort. Der Pas that is so. Too late is almost yours. So. Wurde mal. Ich kann mich zu die Linien bauen. jemand haben eigentlich alles über Kiwi verlaufen? Okay, aber die їх wir jetzt empfehlen. Das warjest nie so lang. Es warbestimmtes Ich mach da. Du siehst hier den Block, die Wonder plate. Alle waren die Verse neinern. Och, das habe keine Zeit Shuttle eagle. Das war aber eigentlich die Masse. Okay, das war wohl ein DAS mit EX. Das war wohl nix. Ich will jetzt mal eine zweite Spiele. Einfach mal so. Aber jetzt sollte ich mich vielleicht mal holen. Jetzt hol ich mir noch Immortals dazu. Guck mal her, hol die doch mal da, die EX hier. Hier unten habe ich auch noch aufgemacht. Da kann ich mir da auch noch ein DAS mit EX holen. Alter, ey. Mineralienfeld, die Basis Teurerbüden wird belagert. Mineralienfeld erschöpft. Forschung wird abgeschlossen. Jo. Mineralienfeld erschöpft. Mein, der Märty ist gut, ey. Ja, wo willst du hin, Junge? Du hast du wollen. Das ist so eine Masse hier, ey. Ich kann nichts ausrichten, oder was? Ich bin die Stimme, der finstern ist. Wie? Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht gelühen, Mineralien. Ich bin hier in die Schatten. So. Ihr habt nicht gelühen, Mineralien. Müssen groben machen. Und wir verlieben in die Schatten. Was ist das denn? Oh, 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 oh. Wie ihr braucht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Keine Kohle. Ich bin hier. 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 Keine Chance. Ich bin hier. 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 Ich bin hier.